Dieser Wichtel ist sehr groß, also mit seiner Mütze. Hinten ist er verstärkt, da ist ein Metallteil drin. Man kann die Mütze machen, wie man möchte. Sie kommt geknickt an, aber dann einfach nach oben. Das Einzige ist, dass auf der Seite hier ein bisschen Heißkleber zu sehen ist, aber nur vom Nahen. Ansonsten ist das Kunstfeld ganz kuschelig weich. Die Ärmchen haben auch ein Metallteil drin. Mit 950 Gramm ist er auch einigermaßen schwer, dass er nicht umkippt. Ja, macht sonst einen schönen Eindruck. Unten ist so ein Filz und das ist einfach nur so drüber gelegt, wie man sieht. Und somit steht er gut und kann nicht so schnell umkippen. Also eine niedliche Mütze hier geht.